Hallo meine Lieben, na, beim letzten Mal haben wir ja ein kleines Mistgeschick gehabt, da ist uns nämlich der Jason leider von der Kuhpflanze gefressen worden. Okay, dieses Mal sind nur noch übrig Priscilla, die hier gerade auf dem Pipi-Kacka-Pot sitzt, und Daenerys, mit der wir ja, ähm, die beiden ja jetzt letztens mit ihm hier, der hier sich in seinem Bunker versteckt, ein Kind gemacht haben. Oh, der schiebt ein bisschen. Die beiden mit ihm ein Kind gemacht haben, und, ähm, jetzt versuche ich, ob beide, die ja jetzt noch relativ traurig sind, ob die jetzt einen Schwangerschaftstest machen können, und dann gucken, was da draus wird, ob die beide wirklich schwanger sind. Dann gucke ich doch erst mal. Komm, hör auf zu pinkeln. Macht beide jetzt einen Schwangerschaftstest, beide auf euren Gemeinschaftsklos. So, ich bin gespannt. Oh, oh, beide nicht schwanger geworden? Das ist aber nicht, das ist nicht in Ordnung, das akzeptiere ich nicht. Okay, das müssen wir anders regeln. Erstmal aktivieren wir, wie üblich, unsere Cheats. Und dann entfernen wir erstmal alle Buffs, damit beide erstmal wieder relativ glücklich sind. So, das blenden wir wieder aus. Dann macht jetzt erstmal wieder Priscilla mit ihm ein Kind. Teleportier dich bitte erstmal hier hin. So, und jetzt machst du, ähm, ah ja. Schön, dass ihr erstmal durch die Wand gelaufen ist, das ist ganz normal, das macht man so. Und jetzt macht ihr bitte nochmal ein Baby. Und weil wir das ja letztes Mal schon alles gesehen haben, was macht der Näheres so lange? Ach, die könnte doch so lange einfach mal eine Runde kochen. Meine Güte. Ach, wobei, da habe ich gar keine Lust drauf, wenn die jetzt... Das ist voll die Geisterstadt hier mittlerweile. Hier habe ich schon mal Babywiegen hingestellt. Damit, ähm... Oh Gott. Wird Geister marschieren? Nein, das geht gar nicht. So, die machen ein Kind. Die Geister sind hier unterwegs. Ach komm, die Näheres, du kannst dich ein bisschen hier mit. Als ob ihr euch noch gar nicht kennt. Die Brigitte und du. Oh, die tropft sogar, weil sie ja beim letzten Mal, also beim vorletzten Mal ist sie ja ertrunken. Deswegen sieht die auch so leicht aus wie so ein Wassergeist. Die schwabbelt auch so ein bisschen. Sind die schon fertig mit Kinder machen? Nein. Noch nicht. Warum hängt denn jetzt hier alles? Ach, dann halt nicht. Komm, stell dich nochmal vor. Schön. So, sind die mittlerweile fertig mit Kindern machen? Ja, die sind fertig. Dann kann Frischella, du hast hier nichts zu suchen. Teleportiere dich erstmal bitte wieder raus. Damit der Näheres, die ja jetzt hier wohnt, sich direkt hier rein teleportieren kann. So, hör auf, bitte mit Brigitte zu reden. So, und dann macht ihr bitte auch gerade nochmal ein Kind. Weil ihr es könnt. So, du sollst jetzt mit ihr ein Kind machen. Das ist hier, das ist Brutzuchtmaschine hier. Hör auf, hör auf, den Salat zu fressen. Hör auf, den Salat zu fressen. Oder was auch immer das gerade ist. Es ist doch Salat. Nee, Chips. Hör auf, Chips zu essen. Du sollst die Kinder machen. Los. Arbeite hart. Ja, ich stelle erstmal die Chips beiseite. Schlag ihr das erstmal vor. Ist gar kein Thema. Haben ja Zeit. Jetzt stehen die lieber hier so rum wie zwei. Ach, Kinder können wir auch so beim Angucken machen. Das ist ja quasi dasselbe. Stehen sie hier, gucken sie sich an. Ja, so. Und während ihr das macht, die pennt natürlich erstmal eine Runde. Oh Gott, hier ist ja wirklich alles geworden. Diese Geister gehen mir ein bisschen auf den Sack. Die machen nämlich die ganze Wohnung kaputt. Wir ersetzen das jetzt erstmal alles. Haben ja, haben ja the money. Oh, die macht direkt das nächste kaputt. Diese Veronika, ich hoffe, die stirbt dran. Haha, sie ist ja schon tot. Hahaha, Wortwitz des Jahres. Hier haben die gepinkelt oder was ist hier? Ach, das sind diese Geister, gell? Ja, die haben Spaß. So, Daenerys, sie wird nicht geschlafen. Teleportiere dich hierhin. Und du gehst jetzt auch bitte gleich einen Schwangerschaftstest machen. Und du auch. Schwangerschaftstest machen. Geht beide einen Schwangerschaftstest machen. Los. Diesmal muss es klappen. So, Daenerys erwartet schon mal ein Kind. So, jetzt geht's noch um Priscilla. Ja, ja, Mensch. Beide schwanger, das ist super. So. Und weil das nicht reicht, warten wir jetzt erst mal, was James so macht. James sieht dekorativ aus, aber heute soll es mal gar nicht so um James gehen, sondern um die beiden Prinzessinnen hier. Weil die, ähm, eine geht jetzt duschen, die andere auch. Die fühlen sich erst mal beide schmutzig nach der Liebesnacht mit... Die gehen alle duschen. Irgendeiner hat hier beim Kuitieren ein bisschen gepupst, glaube ich. Die duschen nämlich alle. Er duscht in seiner Luxusdusche, sie duscht hier in dieser Gemeinschaftsdusche. Und Priscilla auch. Und dieses Moon von diesen Kuhpflanzen geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, weil wir haben jetzt drei weitere und die sind alle hungrig. Damit uns das aber nicht hier irgendwie zur Gefahr wird, ziehen wir die jetzt erst mal alle hier rein. Und wir wollten uns ja jetzt diesmal gar nicht so auf die, auf James konzentrieren, sondern auf die beiden hier. Und ich finde, weil die ja jetzt beide um ihn kämpfen, sollten die so ein bisschen Beef haben. Das mit dem Beef haben hat hier nämlich überhaupt noch gar nicht funktioniert. Kann sich ja jetzt nur noch um Stunden handeln. Die ist schon mal fertig, die hat schon mal ihr goldweißes Outfit an und die schon wieder ihr schwarzes Kleid. Dann mach doch erst mal ein bisschen was Gemeines. Beleidige sie doch einfach mal. Weil sie ist ne Bitch. Mit ihrem schwarzen Hexenoutfit hier. Sie ist ne Bitch. Aber komm, wir teilen erst mal Fotos. Haha, eben noch beleidigt. Jetzt teilen wir Fotos. Ja, das sind die Schwangerschaftshormone. Ne, ne Romantik wollen wir uns mit denen nicht anfangen. Über Outfit spotten. Und das macht sie nämlich jetzt auch. Weil sie ist ja noch ne böse Persönlichkeit. Sie kann ruhig böse sein. Was gibt's denn hier noch? Ah ne, nicht Romantik. Ich geh mal automatisch auf Romantik. Andeuten Mutter sei ein Lama. Könnte auch so sein. Erzählt ihr gerade so, dass sie keinen Bock hat mehr auf sie. Und das machen die alles im Badezimmer hier. Beleidigen. Was gibt's hier noch? Gemein. Anbrüllen. Ah, sie ist schon müde von dem Kampf. Aber es ist schon eine abscheuliche Konfrontation. So, und du brüllst sie jetzt auch einfach mal an. Komm, weil du bist böse. Hat die Herpes auf den Lippen oder warum sieht das gerade so aus? Also ich finde, sie sieht auch so ein bisschen aus, als wäre sie ein Mann gewesen in ihrem früheren Leben. Wenn man das... Sie hat bestimmt auch einen Adamsapfel. Frischilla ist gemein. Gemeinsam sind glücklich, wenn sie andere beleidigen. Ah ja, na gut. Sie könnte ja auch erstmal ein Haushaltsmädchen anrufen. Dann komm, er bezahlt mal hier die Rechnung, weil er ist sehr kokett, der sitzt da hinten rum, seine Toilette, grinst wie so ein Honigkuchenpferd, beide machen sich jetzt getrennt voneinander essen. Seit wann haben wir eine Mikrowelle hier? Habe ich die hier reingestellt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Hm. Beide gucken nicht gerade glücklich über diese Gesamtsituation hier. Und der Kühlschrank ist auch kaputt. Hm. Egal. Solange es nicht gleich anfängt zu brennen, ist mir das egal. Wobei das hier mit Feuchtigkeit und hier so ein bisschen Strom austreten, das kann nicht gesund sein. Oh, deine... Die Bücher haben wieder Geld reingespült. Die ertrunkene Liebhaberin und die Yo-Mama-Witze. Die ertrunkene Liebhaberin hat er ja geschrieben, als hier in diesem Pool die Leute ersoffen sind. Ach, das war schön. Und während du isst, kannst du die ja auch ruhig ein bisschen über Outfit spotten. Wenn ihr schon hier sitzt und zusammen... Nein, du musst deswegen nicht aufstehen. Ach, Priscilla, was ist los mit dir? Dann ess doch erstmal deinen Haferbrei, den du in deiner Mikrowelle zubereitet hast. Und, oh, da ist denn sogar so richtig Gemüse oder was auch immer das da sein soll da drin. Hm, der ist auch so richtig schlecht. Warum ist der schlecht? Oh, müde und unerfreuliche Umgebung. Aber hier ist ja schon mal die Putzfrau. Die Putzfrau weiß doch gerade gar nicht, was sie tun soll oder was? Und sie sieht auch so aus wie so ein kleiner Hai, die sieht hier aus. Naja, Priscilla ist glücklich, wenn sie Daenerys mobben kann, dann verspotte sie doch einfach mal. Aha, da isst du also, damit du schön fett wirst. So sitzt sie da und verspottet jetzt Daenerys. Kann man da auch richtig gemein sein? Ich meine, so richtig was Gemeines tun? Gemein, ich meine, was richtig Gemeines. Es gibt nichts Gemeineres als das so was... Oh, Getränkwerfen. Aber ich glaube, danach muss Daenerys erstmal duschen. Oh, jetzt wird getr... Das war witzig. Komm, gibt's noch was Gemeineres? Komm, was gibt's noch hier so... Beleidigen... Über Liebesleben beschweren. Das machen wir zwischendrin einfach mal. Gemein. Oh, was haben wir denn noch nicht gemacht? Was passiert, wenn man weggehen macht? Ah, stehst vor verschlossener Tür, was? Und doch müde ist sie. Ich glaube, sie ist richtig müde. Vielleicht sollte sie einfach mal schlafen gehen. Komm, dann geh doch halt einfach mal schlafen. Wehe, die geht jetzt auf dem Sofa... Sie geht auf dem Sofa schlafen. Ist die blöd. Sie geht wenigstens richtig ins Bett. Sie weiß wenigstens, was sie tut. Und wo ist er? Ach, er schläft auf dem Sofa. Das ist aber nicht sehr Bachelor-like hier. Naja. Mal sehen. Wenigstens müsste ja jetzt die Zeit schneller vergehen. Ach, nein, weil die komische Putzfrau noch hier ist. Hm, dann spule ich jetzt einfach mal vor. Bei Priscilla erklingelt das Telefon. Ihr Bruder ruft an. Pff, mit ihm abhängen. Nein, wir wollen nicht abhängen. Wir sind hier noch nicht fertig mit dem Daenerys-Mobben. Wieso ist die denn jetzt wütend? Die ist wütend, weil sie... Aber sie ist doch mit ihr... Die haben doch Beef. Gesicht beleidigen. Komm. Und danach wollen wir noch direkt... Zurechtweisen. Und weil das noch nicht reicht, provozieren. Komm, richtig wütend jetzt. Komm, stell dich vor den Spiegel, wo sie gerade redet. Oh, schon wieder glücklich. Das soll aber nicht so sein. Daenerys sieht so richtig unglücklich aus. Oh, Gott. Gibt es hier noch was Böses, das man machen könnte? Anbrüllen. Auch schön, dass es immer mir vorschlägt, dass ich die... Ähm... Ja, man sieht auch den Neres-Hintern hier hinten im Spiegel. Das ist schön. Komm, jetzt... Ich will, dass ihr auch mal kämpft. Komm, kämpf mal richtig. Das ist mir zu anstrengend. Komm, dann beleidige Du halt mal ihr Gesicht. Oh, jetzt werf mal ein gewütendem Getränk. Das ist doch witzig. So, und jetzt wüten und toben. Das klingt nach Spaß. Komm, jetzt wütet und tobt mal. Das will ich sehen. Ah, das langweilt sie so richtig. Oh, man kann sie jetzt auch schon zum Feind erklären. Und weist sie doch nochmal zurecht. Ich glaub, die Böse sind sich gleich beide. Und was macht er? Er steht hier so in der Ecke, guckt sich seinen Fernseher an. Nicht mit mir. Nein, nein, nein. Komm, dann guck doch mal hier so einen Kanal schauen. Du guckst mir jetzt mal eine Romanz an. Du sitzt auch viel zu nah am Fernsehen dran. Du könntest davon Augenschaden bekommen. Komm, jetzt mach doch mal was richtig Böses. Ich möchte, dass du sie irgendwie, keine Ahnung, zum Feind erklären. Komm, erklär sie zum Feind. Macht mal richtig Beef hier. Erklärt euch gegenseitig zum Feind. Auf der Toilette, ganz klar. Das sind beide Feinde. Was für eine dramatische Musik das dabei auch war. Es gibt, was gibt's denn hier noch so? Es gibt wirklich nichts, wo ich jetzt sage, wow. Aber vielleicht kann sie, weil sie wütend ist, noch mehr machen. Gesicht beleidigen, Getränk werfen. Komm, dann verspottet sie noch ein bisschen. Und wo ist er schon wieder? Ach, er schläft schon. Na gut. Dann soll er das tun. Das ist ihm auch einfach zu viel Stress mit den Weibern. So, ihn machen wir erstmal glücklich. Und jetzt gucken wir auch erstmal, mit wem er im Moment besser kann. Er kann, oh, immer noch mit beiden gleich gut. Weil ich möchte mit ihm irgendwie so einen Urlaub machen. Oder zumindest so ein Einzeldate. Aber ich denke, wir machen einfach mal Urlaub. Das ging wo? Hier Urlaub nehmen. Und wir machen mit... Dener ist mal ein Tag. Komm. Die machen wir auch erstmal direkt glücklich, damit die... Ja gut, glücklich wird sie nicht. Sie ist einfach nur wütend. So, weil ich habe ja dieses neue Expansion-Pack Outdoor-Leben. Und da kann man jetzt in so eine neue Welt reisen. Und in dieser neuen Welt gibt es so verschiedene Häuser. Und weil wir ja so nobel sind, nehmen wir einfach die Waldzuflucht. Ja, man könnte auch Camping gehen, aber ich habe keinen Bock auf Camping. Wir wollen die Waldzuflucht. Und wir bleiben nur einen Tag. So, also das ist jetzt der Urlaub wohl. Ich bin wirklich gespannt. Weil sie ist ja immer noch sehr, sehr wütend. Ah, wir küssen einfach mal ihre Hände. Ihre wütenden kleinen Drachenmutterhände. Während er das macht, gucke ich mir mal hier das Haus an. Da ist schon mal hier so ein schönes Bett. Das ist super. Dann gibt es hier einen Fernseher. Ja, das ist jetzt kein Luxusurlaub, muss ich sagen. Das ist ja eher schon nur so mittel. Ein Radio oder so gibt es hier überhaupt nicht. Braucht man ja im Urlaub auch nicht, ne? Hm. Was können wir denn hier noch machen? Also die Näheres und Ähm mögen sich heute wohl gar nicht. Klopf, klopf, wird es machen. Sie ist energiegeladen. Ach, hier ist ein Ranger. Vielleicht reden wir einfach mal mit dem... Hä, das ist eine Frau. Ah ja, das sind eine Senioren. Komm, wir stellen uns hier mal lustig vor. Wo ist er? Warum ist er jetzt beschämt? Ach, der ist das so eine kleine Diebe. Das ist, wenn man so isoliert in seinem kleinen Kabuff wohnt. So, Daenerys, dann spielen wir halt jetzt nur noch dich. Um Camping-Info bitten. Ja, ja, ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da stand. Machen wir es nochmal. Mitten wir nochmal am Info. Im Granitfeld so jede Menge quassgruselige, krabbelige Insekten. Halte die Augen offen. Okay. Nein, haben wir nicht. So. Ach, nicht mit uns. Wir gehen erstmal irgendwas mit ihm machen. Gibt es vielleicht eine Techtelmechtel oder so? Komm, wir machen ein Urlaubs-Techtelmechtel. Vorausgesetzt diese Re... Oh, jetzt geht die auch noch hier rein. Hallo, du bist nicht hier zu Gast? Ach, nutzt die das jetzt so als Durchgangsverkehr oder was? Ja, hier, ich strampel hier einfach mal so durch ihre Wohnung. Das ist gar kein Thema. Spielt die jetzt an unserem Hufeisen werfen oder was? So, ich bin gespannt. Er schläft auch grundsätzlich im Anzug. Also man sieht ihn, glaube ich, gar nicht ohne Anzug. Wie lange hat sie eigentlich noch bis zum nächsten Trimester? Zehn Stunden. Woran erkenne ich eigentlich, wie lange der Urlaub noch läuft? Ach, was kann man denn hier noch machen? Ach, ich finde, wir sollten einfach mal einen Ausflug oder um eine Verabredung bitten. Ach, das machen wir doch einfach mal. Klicken sie an. Machen vor... Ne, nicht... Ich glaube, das war unter Romantik. Um Verabredung bitten. Um Verabredung bitten. So, das machen wir doch mal direkt. Weil das Haus hier ist ja doch eher langweilig. Und es gibt ja hier noch so einen Gemeinschaftspark, wie ich schon gesehen habe. Und da kann man bestimmt lustige Sachen unternehmen. So. Kann man hier auch in die anderen Welten... Ne, man kann nur... Nur in die Reisewelten. Also wir sind nur hier. Und wir gehen hier in diesen Wald von Granite Falls. Vielleicht entdecken wir einen Bären oder so. Ich weiß es nicht. So, das ist jetzt eine ganz normale Verabredung. Darum machen wir doch einfach erstmal... Einhof kokett. Die ist andauernd am kotzen. Die soll aufhören, ihr Kind auszukotzen. So, sie ist schon mal kokett. Kann man vielleicht hier so einen Techtelmechtel im Busch oder so... Gibt es das vielleicht hier irgendwo? Es gibt kein Busch oder was? Also entweder hat er äußerst starken Mundgeruch... Oder ihr ist einfach wegen dem Kind schlecht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Zusammen sitzen. So, ihr sitzt jetzt einfach mal zusammen hier... Und redet ein bisschen. Ein bisschen seid ihr kokett. Guck mal, hier kann man auch ein schönes Feuer... Dingsbums machen. Ach, ist das nicht romantisch. Und jetzt plaudert oder so. Vielleicht sollte ich... Leidenschaftlich küssen, das ist doch super. Das machen wir doch mal direkt. Was wichtig ist, er muss auch kokett sein. So, beide sind kokett. Den leidenschaftlichen Kuss haben wir jetzt auch erlebt. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, whoa. Okay. Okay. Komm, werfen wir noch einen Holzscheit drauf. Und dann, erzähl doch mal eine Geschichte. Ähm, Geist, was? Eine Geistergeschichte über eine schluchzende Frau? Eine Abenteuergeschichte über ein verfluchtes Schiff? Ach, erzähl doch mal hier so eine Geschichte. Erzähl's ihr. Komm. Geist, wer ist das? Okay. Und du, hyperaktives Kind, setz dich. Wir haben uns doch eben leidenschaftlich geküsst. Warum gibt's das jetzt nicht mehr? Oh, ich könnte ausflippen. Komm, hör mal auf. Erstmal die Geschichte hier zu sitzen. So, und jetzt küss sie. Küss sie los. Geh hier hin. Oh, ganz ehrlich. So, jetzt küsst er euch. Los. Los. Pahleroo. Simba1. Mayboof. Kippo. Pumpo. Jagnoosh. Freebay Marblesaur. Eh? Chiba. Du lager. Oh, so so. So, Gold erreicht, ist das super. Jetzt muss ich noch... Ah, guck mal, man kann mit ihr in die Sterne gucken. Also Gold haben wir schon mal erreicht, das ist super. Und jetzt legen die sich auf den Boden, oder was? Oh, wie süß. Gibt es hier irgendwas, das ich sehen könnte? Ach, wie süß, jetzt liegen sie hier rum. Ah, hier, die sehen also das Sternbild des Lamas. Ich wünschte, ich könnte auch in den Himmel gucken, aber irgendwie geht das nicht. Ach, das geht ja immer noch 2 Stunden und 13 Minuten. Aber dafür, dass es dann schon die ganze Zeit hier blinkt, ist komisch. Ach, dann erzählen wir hier doch mal ein tiefgründiges Gespräch führen. Wo war das denn? Gibt es nicht mehr... Ah, hier, tiefgründige Unterhaltung. Ja, komm. Hört mal auf, jetzt in die Sterne zu gucken. Und erzählt euch hier eine tiefgründige... Gibt es hier sonst noch was? Komm, noch ein... tiefgründiges Gespräch, sehe ich sie irgendwo nicht. Tiefgründiges Gespräch, tiefgründiges Gespräch. Da, hier. So, tiefgründige Unterhaltung. So, haben wir jetzt alles erreicht? Kommt noch was dahinter? Nein. So, wir haben alles erreicht. Prinzipiell können wir das nämlich jetzt hier auch beenden. Ach, nee. Wir lassen es einfach noch ein bisschen laufen. Wow, 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 wow. Das hat eskalatet quickly. Direkt mal geschickte Entschuldigungen, so. So, ja. So, die haben jetzt noch ein bisschen Spaß zusammen. Wie lange geht das noch? Ach, immer noch 53 Minuten. Ich spule das mal kurz ein bisschen vor. Immer noch 24 Minuten näher, das lassen wir jetzt einfach runterlaufen. Sind ja, glaube ich, sogar Sekunden, sozusagen. Ach, diese Moskitos. Die unterhalten sich wohl über ihn. Komm, dann spielt ihr noch eine Runde das da. Das ist doch ganz klar. Hufeisen werfen macht man immer. Wo zieht ihr jetzt die Hufeisen her? Wo kommen die her? Ah, ja. Man findet etwas ganz Besonderes zur Erinnerung. Das finde ich super. Wie lange hat sie noch bis zum nächsten Trimester? Drei Stunden. Das ist ganz klar. Wann wird sie eigentlich eine alte Frau? In 66 Tagen und er? In 60. Er ist also nur 6 Tage älter als sie. Aber ich glaube, er ist auch ein Erwachsener, oder? Ja, er ist ein Erwachsener und sie ist eine junge Erwachsener. Gut, dann ist er sowieso älter als sie. Komm, werf ein bisschen schnell. Ach, ihr könnt doch eigentlich wieder nach Hause zurückkehren. Hat ja keinen Sinn mehr, hier so zu bleiben. Aber ich glaube, sie muss richtig dringend aufs Klo, ne? Hm. Ja, mal sehen. Er rennt einfach schon mal vor, während sie hier hinten so... Gibt's hier ein Klo irgendwo? Ach, komm. Dann benutzt du erst die Toilette, bevor du das machst. Bevor du hier noch irgendwie... Ih, was ist das? So, aber jetzt kannst du wieder zurück zur Unterkunft gehen. Und das ist ein bisschen plötzlich. Jetzt bitte, Madame. Der Urlaub geht ja immer noch einen Tag. Kann man auch Leute einladen, auf aktuellem Grundstück abzu... Hm. Komm, spiel doch mal irgendwie... Dem Sensenmann einen Telefonstreich. Komm, den siehst du doch so oft. So viele... Kandidaten, die du jetzt hier schon... ...unter die Erde gebracht hast. Oh, das ist ja blöd. Komm, machen wir noch einen. Hm, kokette SMS senden. Dann schicken wir ihm doch einfach eine kokette SMS, dem Sensenmann. Wenn wir hier schon so glücklich drauf sind. Wäre witzig, wenn die ganze Zeit der einzige Kandidat, an dem James interessiert ist, der Sensenmann war. Aber naja. Also ich denke, der Urlaub, der geht noch ein paar Tage. Also, einen. Mehr oder weniger. Ich ende die Folge jetzt einfach mal hier... Oh, man sieht bei ihr schon auch den Schwangerschaftsbauch. Da sehen wir in der nächsten Folge bestimmt die Geburt der beiden Kinder. Gucken, welches Kind uns besser gefällt. Und dann kommt es auch schon zum großen Finale. Also wie immer, denkt dran, Kommentare sind erwünscht. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Wobei ich da auch extrem selten poste, weil mir da einfach niemand folgt im Moment. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.